Ja, André Philipp, das weiß ich schon. Musst du mir nicht andauernd sagen. Dann, hatten wir die Decke hier mal fast fertig. Jetzt kommt da so ein neuer Strich dazu. Deswegen sind wir hier bald fertig und können wieder den Aufgang noch machen. Und das war kacke, weil jetzt komme ich da nicht mehr lang. Ja! So. So, das will ich jetzt eigentlich gar nicht mehr machen. Ich will jetzt eigentlich nur noch mehr wieder eine Fackel aufhängen. Da. Zwei, drei dunkle und zwei helle Wolle. Okay. Immer hier unten. War das jetzt zwei dunkle und drei hell? Nein, andersrum. Aber ich bin, ich bin heute mal wieder sowas von vergesslich. Zugarrohr schenke ich dir. Genauso wie... Ach, das war die Pflanzenkünste. Dann habe ich hier noch Seeds für dich. Ähm... Wolle, 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 Wolle. Ich habe davon. Ich habe... Ich habe... Hellblaue. Da brauche ich doch Bonemeal und Lapislazui. Ja, ich würde mal sagen... Wir gehen einfach mal einen Block auseinander. Bonemeal haben wir noch drinne. So. Dann haben wir hier sechs davon. Und brauchen Wolle. Wolle habe ich. Ich brauche nur Wolle. Mehr nicht. So. Eins, zwei, drei. Dunkle waren das jetzt, glaube ich. Und... Zwei helle. Und demnächst werden die Schafe so gefärbt. Das... Das spart nämlich Farbe. Besonders hier die kostbare blaue Farbe. Mit Braun. Braun würde ich auch noch benutzen, aber... Kakaobohne. Nicht anpflanzbar. Leute verstehen, was ich meine. Das wäre dann nun auch Verschwendung hoch 15. Da kommen Bücher rein. Aber ich glaube, dahinter ist... Erde. Okay. Oder auch nicht. Da kommt aber drüber. Boah. Wir sind hier fast fertig. Aber auch nur fast. So. Sieht doch schon gut aus hier. Ich habe nicht so viel eine Schaufel mit. Natürlich habe ich eine Schaufel mit. Okay. Alter. Ich soll so schlafen hier. So. Ach, das ist unsymmetrot. Eigentlich müsste ich noch einen rausbauen. Ich glaube, ich baue noch einen raus. Fängst du jetzt Buchstaben ein? Bitte. Bitte. Oder habe ich einfach nur Grafik-Bugs? Wartet. 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 Ach. Bin ich blöd. Wartet dafür. Boom. 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 Ach, das war ja wieder... Nee. Ich werde einfach jetzt mal... Huch. Äh. Dings. Ich werde jetzt einfach mal einen Spruch auf meine Diamantspitzacke anwenden. Und zwar am besten gleich den Sechser-Spruch. Und habe Unbreaking-One. Das ist eigentlich gut. Auch wenn ich nicht weiß, was es bringt. Naja. Doch, ich weiß, was es bringt. Aber ich rate nicht unbedingt. Ah ja, stimmt. Über uns ist ja die... Ach. Das tropft ja jetzt auch von den Wänden. Also Rüstung verzau... Okay. Also Rüstung verz... Rüstung verzaubern bringt... Ich euch auch gleich. Klappe. Klappe? Also Rüstung verzaubern bringt herzlich wenig, weil die sowieso irgendwann abgetragen ist. Das bringt nur bei ganz schwachen Zaubern dann höchstens was. So. So. Ach, hier ist noch Gravel. Ganz viel Gravel. Ja. Ja, oder? Warte. Ähm. Ich gehe jetzt erstmal... Pen. Pen. Pen, habe ich gesagt. Wo sind hier Monsters nearby? Bist du mich verarschen? Hallo? 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 You may not rest now. There are monsters nearby. Also wenn er jetzt die meint, dann katt ich ihm gleich ins Gesicht. Also Minecraft. Oh, cool. Ich habe nicht zufällig... Nö. Touren mache ich mir oben. Hä, was soll das denn jetzt? Ich probiere jetzt nochmal zu schlafen. Wenn nicht, muss ich meinen Schlafplatz umstellen. Was soll die Scheiße? Warum ich mir jetzt mein Bett hin und was mache ich aus dem Raum? Der war so schön eingerichtet. Hier will ich jetzt auch nicht schlafen. Wartet. Ich probiere es noch. Es ist sowieso unsymmetrisch. Also scheiß drauf. Notch. Was hast du getan? Hier ist auch ein bisschen wenig Platz, um sich hinzulegen. Der geht nicht, ich muss mir irgendwo einen Platz weg von der Monsterfalle suchen oder was. Minecraft. Minecraft, fang dich. Fang dich. Danke. Ich penne jetzt einfach mal hier. Was soll der Dreck? Geh mir in den Keller. Ich bin doch nicht schlafen. Das heißt, wenn du zu spät schlafen gehst und Monster da sind, dann... Das ist wie Arschkart oder was. Kannst du mich sehen? Kannst du mich sehen? Kannst du mich sehen? Ja, kann ich dich hauen? Ich bin doch nicht schlafen. Nö. Hallo? Warte, wie war das? Man kann doch irgendwie durch... Nö. So, was machen wir jetzt? Wir können nicht schlafen. Ja, das war ja klar. Stimmt wegen der Monsterfalle oder so. Also ich muss mir angewöhnen, hier mal ordentlich früh schlafen zu gehen. Komm, bitte. Was ist das so schlimmste sind auch nicht? Ach ja. Super schöne Mondtextur. Das sieht richtig mondig aus und der Gegner geht gerade unter. Leute, ich notsch dich gleich. Das heißt, wenn wir irgendwie in der Nacht arbeiten, dann wird das meistens unser Regnis, weil wir dann nicht schlafen gehen können. Schade, dass man die nicht... Ah, jetzt, wo die Bücher sind, sind immer so eine hohe. Also ich brauche mindestens Stufe 4 jetzt immer. Also ich glaube, die Erweiterung war doof, weil wir noch mal... Nur da hinten Bücher denn aber. Halt, das Bett noch mit? Ich hätte ja wohl jetzt versuchen, hier oben zu schlafen. Halt die Klappe. Zombie. Guck mal ins Bett. Komm, beeil dich. Gleich ist keine Nacht mehr. Es ist nur noch Dämmerung. Ich glaube, es zählt. Aber doch, ich glaube, man kann noch so dämmerungsmäßig schlafen gehen. Nein, ich gehe jetzt so schlafen. Dann lasse ich die jetzt erstmal alle creeppieren. Stell mal ein Bett wieder unten hin. Wenigstens gehen die Nächte nicht mehr so lange. Problem ist, die Tage auch. Hast du dich? Danke. So. Die haue ich aber erstmal wieder hier rein. Und dann... Oh, ich habe hier noch ein Eisenschwert. Achso, das ist das. Achso, ja, okay. Das habe ich jetzt gerade überhaupt nicht gesehen. Ähm, ho. Melönchen. Pöhnchen. Melönchen? Nein. So. Ich muss mal kurz husten. Oh Gott. Ich werde heute noch. Ich werde noch aggressiv. Äh, die Holy Beagle. Beagle. Sechs Weizen. Das sind eigentlich nur noch die Spinnen, die hier so gerade so aggressiv reagieren. Ach ja, die neuen Items. Spinnenauge. Zunächst. So. Da noch eins. Da noch eins. Ich möchte trotzdem über die Farblehre diskutieren. Lieber Notch. Wenn man ein schwarzes und ein weißes Schaf bringt, könnte es doch eigentlich ein graues werden. Und wenn man das graue Schaf, dunkelgrau, nochmal mit einem weißen Schaf part, dann darf es hellgrau sein. Aber, dass man aus zwei weißen Schafen ein braunes macht, das soll mir ein Wissenschaftler beweisen. Also das ist manchmal, ja, natürlich die Raumkrümmung, immer ist die Raumkrümmung hier schuld. Ja, komm. Beide Schafen. Ja, die Raumkrümmung ist ja immer schuld hier. Kommt. Soll ich? Scheiße. Über Takt teleportieren sie sich nur... Oh, ein Creeper. Ein Creeper. Oh. Warte. Ja, das ist ja immer schuld. ich kenne das Geräusch, das ist dieses das ist das neue Wupp dieses Wupp, aber ich glaube nicht, dass ihr es hört das ist das neue Geräusch, was die Endermännchen machen folgt mir und streckt nein, komm los, folgt mir meine Kleinen heute wird gepaart gepaart, dass sich das Zeug hält hängt, hält nein, die müssen aber so, dass alle hierher kommen, alle nein, Emma apropos, nein wenn ich die jetzt angreife, dann apropos du, du tot tot ich glaube du konntest dich noch paaren, ihr beiden oh könnt ihr Sex machen, danke achso, ok dann wird das da noch aufsortiert und so Schere so du kriegst ne Rasur und du kriegst ne Rasur dann ich hab ein Ei haha, wie lustig, hat nur ein Ei hahaha ich will nur ein Dings haben darum kam die Wurfdings und die Aufpralldings nicht, egal ähm shit, ich hab nur noch ein Weizen, ich muss mir ja gleich nochmal einen holen außerdem darf sich jetzt wieder ein, ein, die Kühe, also die Kühe ich werde mir jetzt auch gleich nochmal erstmal Milch abzapfen, so ein bisschen Milch na, na, na also nur Milch zwei drei und Wir brauchen mehr Weizen.